Müll, wenn das nicht geht. Alla! Jetzt greift mich schon wieder eine Larve an. Ja? Und kannst du die nicht, äh, essen? Nee, das würde ich lieber nicht. Warum nicht? Ist doch angenehm. Die Larven sind übelst aggressiv. Oh, okay. Die sind stark und aggressiv. Na gut, dann ist es nicht zu spaßen mit den Kollegen. Ich benötige Hackwerkzeug. Das Ding zu spielen und keine Probleme zu haben. Das ist alles, was ich wollte. Wirklich, mehr wollte ich nicht von dem Spiel. Ah, da ist schon wieder eine Larve. Lasst mich doch in Ruhe. So, hier alles einsammeln. Also, das ist eigentlich, irgendwie finde ich es lustig. In jedem Spiel, das wir spielen, ist irgendwie alles gleich. Also, weißt du, in dem Sinne gleich, ja, man braucht sich hier was auf. Man holt sich hier was irgendwie. Aber ich finde es angenehm. So, nur das Setting ist halt anders, ne? Digga, wenn ich wüsste, wie ich die Gegner hier finde. Also, nicht die Quests hier. Alla, what the fuck. Oh, oh. Das sind aggressive Dinge. Ey, wenn ich doch bloß nur wüsste, wo ich was markieren müsste. Ja, und in der Hütte geht es auf jeden Fall auch gut voran. Ich mache einfach mal alles clean unter der, unter unserer. Ah, nice. Also, wir können einfach nur Böden machen am Anfang, okay? Ja. Und Böden stacken ist irgendwie doof. Also, wir können alles nicht nach oben ziehen. Er hat es alles Spinnennetze, das ist gar nicht gut, wo ich bin. Ich habe schon lange nicht mehr eine Ameise gesehen oder so, die ich mal, ja, umnieten darf. Du hast entdeckt Forschungsstation. Okay, ja, ich habe auch schon gesehen. So eine Tropfen. Junge! Coca-Cola kommt und kommt vorbei und holt uns. Oder wie? Wo habe ich denn hier eine Forschungsstation entdeckt? Wie hast du denn so einen Netzfaden gefunden? Ähm, eine kleine Spinne getötet. Oh, klein. Es gibt auch... Dann gibt es auch große Spinnen, ne? Ja. Da ist Maske. Und müssen wir halt mit diesen Science-Punkten... Ja, wir müssen Ortschaften erforder- erkunden und Missionen abschließen. Grundsätzlich geht es ja eigentlich darum, dass wir bei diesen Kollegen da Sachen kaufen, ne? Nein, 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 nein. Wir müssen die Mission abschließen, nur für mich sind die Missionen aktuell ein Rätsel. Ja. Ich komm? Bestätige. Ich verstehe? Oh, hier ist eine Larve. Die hat mich getötet, Till. Die Weib ist entfernt. Ich weiß es nicht. Siehst du mich auf der Map? Map bedenken sie nicht, aber ich renne es auch auf dich zu, ne? Muss es mir sagen. Wenn du es schaffst. Ich weiß es nicht. Uff, du bist schon sehr, sehr, sehr weit. Ne, das schaffe ich auf jeden Fall. Ich komm mal. Ich versuche mein Bestes, aber ich glaube, das wird... Ich habe mich jetzt tötet. Okay. Respawn an der Forschungsstation. Ah, hier ist mein Kopf. Weil ich in der Nähe in der Forschungsstation war, kann ich jetzt wieder mein Ding ins Rucksack nehmen. Ach so, du bist jetzt nicht zu Hause gespawnt, sondern... Nein, nein. Ich konnte mir sagen, beim Forschungsstation. Ah. Das Einzige, was mich aktuell nervt, ist... Ich check die Quests nicht. Ja, ich bau... Ich will sagen, wir bauen einfach. Ja, ich will ja... Ich will ja die Böden haben. Nee, die Wände. Die Böden haben wir jetzt. Äh, die Wände. Ja, danke. Ich könnte jetzt einen Kilometer langer... irgendwas bauen. Das spielt ja keine Rolle hier. Wir lassen dann einfach die ganze Map zu. Finde, schliesse die Wegmarkierung ab Kellen-Schlucht. Ja, dann sag mir doch bitte, wo die Kellen-Schlucht ist. Grosse Eichenlampe. Die müssen wahrscheinlich zuerst alles erforschen, ne? Wo ist die Eichenlampe? Oh je, ich hab Pflanzenfasern viel zu viel dabei. Baseball, Respawnpunkt, Forschungsstation, Jobchan, Welpflavordrink, Alter Ameisenhügel. Was ist, wenn ich in die Richtung renne? Ich renne einfach mal planlos durch die Gegend. Mal schauen, vielleicht... Vielleicht finde ich ja was, was uns weiterhilft. Kann gut sein. Wissen wir auch nicht. Ich kam nichts zum Analysieren. Nichts Analysierbares habe ich hier im Ghetto. Ja, das ist das große Ding, was wir gerade haben. Ah, ich renne in die falsche Richtung. Ich muss hier durchrennen, ne? Oh, oh. Pollen. Ich hab Pollen entdeckt. Ja. Der beste Freund sind wir, ne? Von Pollen meine ich. Ist das die Kellen-Schlucht? Das, was hier so stinkt? Oder was hier so gelblich ist? Magst du dich erinnern, wo ich dachte, ja, komm, lass uns dort eine Base bauen? Hm. Nicht möglich. Tatsächlich. Die ist hier. Ah, das Gebiet ist verseucht. Ja, dann... Da stirbt man, wenn man das einatmet. Okay. Dafür ist die Gasmaske wahrscheinlich da, ne? Ja. Dann brauchen wir die. Ja, ist ja los, ne? Ah, und hier ist ein Käfer, der vergasen kann. Okay. Warum ist ein Käfer zum Vergasen da? Der kann das! Run. Run. Möchtest du ja noch? Hä? Hä? Mixer-Turbo. Junge, was hast du gemacht? Ich hab irgendwas aktiviert. Ich bleib mal hier auf Bauer weiter. Mal schauen. Hier ist eine Spinne. Aha, ich muss die vom Mixer-Turbo abhalten. Okay. Oh, der Mixer hat schon die Älste down, ne? Ich glaube, das ist Leben und so, ne? Ich bin hier beim Ameisen-Haufen gelandet. Mit gar keinem Leben mehr. Oh. Schließe... Findet den Bürgel-Burgelchip Grabraub. Schließe diese Wegmarkierung ab. Große Eichenlampe. Ich muss hier einfach eine Wegmarkierung platzieren? Oder wie? Keine Ahnung, du, ne? Ich kann eine Saftleuchte machen. Eine Saftleuchte? Ein Basketball-Korb? Ja, warum nicht? Saftfänger, Werkbank, Spinnrad, was soll ich da? Das, ähm... So, ich wuff die Wups. Ich wuff die Wups. Wird so irgendwie nichts. Hm. Du, du kannst noch zurückkommen. Ich bin schon so klar. Pflanzenfasen habe ich noch zonenweise da hinten. Im Lager. Gut, zonenweise nicht mehr. Böden können wir bauen, okay. Treppen können wir bauen. Jo. Schließe die Wegmarkierung ab. Kellen schlucht. Jetzt machen wir mal ab. Weil ich mal alles wegratzen hier. Geht mir so weit hier. Also, ich muss irgendwelche Wegmarkierungen machen. Ja. Und dann müssen wir noch eine Wegmarkierung machen. Und dann müssen wir einen Chip finden. Okay. Und das alles irgendwie... In fünf Sekunden. Alter Ameisen. Kann es sein, große Eichenlampen? Oh, da kommt eine Spinne. Können Spinnen... auf unsere Plattform? Ja. Warum? Ich habe doch Zäune gebaut. Die guten Arten Zäune. Die eh nichts bringen. Ich brauche einen Löwenzaun. Gras, Gras, Gras. Es ist halt schon doof, ne? Wenn man keine Wände ziehen kann. Das ist... Ein bisschen Beschiss. Kräftiges Unkraut. Gras, Gras. Klee. Da ist ein Löwenzahn. Da ist ein Löwenzahn. Schwuppdiwuppdiwupps. Alter, wie viel hält der aus, der Löwenzahn? Den... Keine Ahnung. Kann ich dir nicht behaupten, sagen. Echt nicht. Die suggerieren sogar, dass der Löwenzahn viel... äh... Dingens. Das Unkraut, äh... lange braucht, bis man es weg hat. So, also. Weißt du, was finde ich das Beste am Ganzen hier? Beim Bauen die Control-Taste. Das ist, das ist, das ist, das ist das Nonplusulta, die Control-Taste. So, ich habe jetzt eine Aufgabe noch an... Oh, die anderen habe ich aufgegeben. Das war, glaube ich, nicht so... gescheit. Naja. Ähm. Egal. Nein, ich glaube, das war wirklich nicht ganz klügste auf der Welt. Anyway, lass uns pennen. Ich bin besucht. So, und jetzt wieder... Animation! Whee! Waa! Oh. Oder so ähnlich. So, und wieder die gleichen Probleme wie jeden Morgen. Trinken. Und essen. Eichelschale. Ich hole mir jetzt eine fucking Eichelschale. Da ist eine Spinne. Scheiße. Die kommt uns immer näher. Erinnere mich daran, dass ich Spinne gesagt habe, ne? Wenn ich zurück zur Base komme. Da ist es, dass wir zusammen haben. Ja. Puh. Ja, ich muss es. Da ist es. Achso. Da ist es.